Herr German Sherman, Herr German Sherman, Du bist mein nirischer, junger German Sherman. Wir haben auch von glücklichen Englischpugs und lebenswertem Chinesenpugs gehört. Mein Name ist Herr German Sherman. Nein, nicht Deutsch Sherman. Ich will es sich zu reimen, verdammt es. Ich spezialisiere in myrische Gesichtanweisung. Ich lehre Tiere, ich lehre auch Menschen. Ich bin auch gut, an faul zu sein, werd alt und mag nix, ja nix. Ja, damit wir alle myrische Katze wissen. Sie war einer von meinen besten Studenten. Ja, ist myrische Katze reich geworden. Aber wenn ich die Jahre ausbilde, myrische zu sein, verspreche ich Ruhm und Vermögen nicht. Ich verspreche nicht Millionen Dollar Filmsverträge. Das würde Haus der Eigentümer Lackern machen. Wir wollen das nicht. Haus die Ehre, wir erinnern sich alle an abnutzende hässliche Pullover in Winterzeit. Diese machen uns schwach. Diese machen nicht uns reißend. Und müssen wir immer Frisbees und Bälle holen? Wir wissen, dass Menschen Dinge werfen mögen, aber wärst du wirklich? Wir wollen unsere Gemüter sprechen. Wir verfolgen auf Hören, wer denn will unsere Schwänzer. Katzen sind auch nicht so zärtlich von Schnurren. Wir wollen myrische sein. Mein nächster Student ist hier. Ach so. Sieht aus, wie ich viel Arbeit habe zu machen. Sieht aus, wie ich viel Arbeit habe zu machen.